Und um 19 Uhr geht's los. Okay. Ähm, ich glaub dann werde ich mich auch gleich mal an. Ja, heute werden's auf jeden Fall mehr Leute da. Kann sein, dass wir da dunkel wechseln müssen. Ja, ich hoffe mal wie ich hinbekomme. Oh. Bad. 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 Bää. Da wurde ich vom Stein überrollt Vielleicht hat die Fahrt nicht überrollt Was können wir denn? Das war's! Ja, das könnte ein neuer Rekord werden. Ja, das wird ein neuer Rekord, glaube ich. Das könnte ein neuer Rekord werden. Und? Sollte ich euch schon mal ein Foto Apparat zu zucken? Ah, nee. Gleichstand. Ein Punkt mehr und ich hätte einen neuen Rekord gehabt. Aber auf jeden Fall klippwürdig. Mhm, nee. So, zack. Oh, das ist ein Rekord. Ja, das ist ein Rekord. Ja, das ist ein Rekord. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ah! Ratschen auf der Schacht. Ah, ich habe es vercompensiert. Ja, oh! Wir sind jetzt auch sehr, was ich? Oh Knapp 190, das kann man auch mal gucken. Das war ja erst mal ein Energy. Bitte. Auf jeden Fall fürs Best-of-Twitch-Video. Einen Punkt mehr und ich hätte einen neuen Rekord gehabt. Soweit ich wieder Pepper habe, läuft es doch wieder. So, eine Runde noch, dann brauche ich erst mal Energy. Aber natürlich muss ich jetzt mal, bisschen mehr Nerven machen, Ich glaube, eine Runde noch einen Tränen Oktober investiert. Das war eine Runde nach, eine Runde. Da war ich so lange nicht. But ich werde jetzt auch wieder. principalmente, eine Runde mit einem Bisschen recept am Runde. Okay, ich starte dann auch nur ein, wenn ich hier auch noch ein ... Oh ... Naah ... Naah ... Das war ja ... Oh ... Oh ... Oh ... Wahnsinn ... Oh ... Oh ... Oh ... Okay. Jawohl, was ja. Oh, die ist mal mit zwei Punkte gefehlt. Ja, drei Punkte gefehlt. Den wir nur noch zwei. Oh, die ist auch gerade. Hä, ich muss das letzte mal geguckt haben. Die Position ist nach so groß. Bitte trickshotten, können wir die bitte trickshotten. Versuch's. Ich hole einen. Ah, jo. War der knapp. Ja, ich versuch's, sagt der Digga. ok der ist Gegner hauptsache wie Loot noch wo es der letzte ist das erste mal dass ich meine Slockan benutze warte lass mich kurz OBS anmachen falls irgendwas geisteskrankes passiert wer findet darf ihn töten aber cool, sonst zählt's nicht dann such mal echt such ich ja auf einmal er sagt es zu seiner Mutter er sagt es zu seiner Mutter das ist deine Mutter Felix achso ich dachte er sagt es zu seiner Mutter das war schon ein bisschen mach ich auch mein Schweinchen kommt mit der ist dann der ist da unten der ist da unten ich hab ihn hatte scheiße hat ihn gefunden oh oh komm Nostkop zum Sieg ja es liegt an dir genau von deiner Nase er ist Crack er ist Crack er ist mir mal anzusehen hey Ghostit warte 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 ich geh' doch nicht Crack ich geh' doch nicht Crack ich geh' doch nicht Crack er ist mir aber mit Crack er ist mir schrotflinte drauf du bist ja so langweilig du wolltest ihn trickshotten man Junge wie der mich auch noch gelasert das war das Schlimme effektivität das ist das was Til effektivität mag hast du gemerkt erste runde battle royale und direkt zieht trickshots sind effektiv mit klicks was ist denn das hier für ein komischer punkt ein komischer ach du scheiße durch die beine der war doch eigentlich drauf der war durch die beine vorher und die nächste auch der so rote haare doch ein vor Ort recht und da ist jetzt geschossen ja so macht die reich gesehen er hat sie gut getan hier ist einer ich will das nicht allein machen worden ohne aber die grünen bei dir ist da irgendwo wir brauchen nicht zu machen du musst dich da unten das allein machen einer ist noch irgendwo ganz oben ganz oben ist noch einer ja Gott ne ich treffe nicht Heddy in der Schöne so gut und übertreibt den sie wird er sagt ich habe noch keinen tages nicht gesehen aber er hat selbst nicht gesehen nein ab durch den tornado ich bin im auge des sturms wenn ich bin jetzt eine verbrumte banane sollte ich mal dringend steile das sind jetzt nur noch zwei gegner die können also ein epischen ich sehe schon mal nummer eins nicht da hinten ab hier mal habe ich das bleibt mir auch im selben ja 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 ich werde eigentlich über ihn war steck schieß zurück ich habe nur noch vier prozent scheiße ja ich hab doch vorhin schon gesagt halb ich ich habe aber nix ja sagt was das was auch hier nimm müssen wir annehmen jetzt schon genau so danke alter sag dir nein da ist er weg ist er da epischer sieg und ich heile mich gerade die gruppe ist gewachsen wenn du dich nicht mit den gruppenmitgliedern breitmann ganz ich gehöre zurück zur lobby kann man ja nicht was soll ich machen breit offen nein zurück zur lobby war max der gerade da reingekommen ist ja max ist ja mit ja hallo max ja woher ist ein nehm er kommt gleich dann in einem der muss auch noch eins werden schlagen nehm kannste ey nicht im wasser ok hatte hier und mega machen so haben wir mich auf sammeln hier auf wenn ich dann im direkt wenn ich dir nimmt direkt meine karte mit da liegt er schon schön Pommes können jetzt Max hast du vor vorgeist ich meine Max mittlerweile wieder ja er will unbedingt vollgeist zocken es dauert keine Ruhe aber ich würde ziemlich gern noch ein zwei Runden hier mit Fortnite spielen und dann würde ich von mir aus auch mit nach Vollgeist mitkommen ja ok ist ein Deal das Spiel spielen wir schon seit zwei Stunden jetzt wollte ich nach Vollgeist spielen dann kam mein Bruder her lass mich mit noch zwei Runden mitspielen dann kam Max lass mich zwei, drei Runden mitspielen und jetzt kommst du auch noch ja dann spielen wir schon seit zwei Stunden dann spielen wir noch zwei Runden und dann gehen wir rüber ins Vollgeist ja ja ich bin so gut das sind die letzten zwei Gäser die sich gerade anschießen Max von rechts nach dem die Wölfe sind wo denn ah da dann kriegen jetzt auch junge Mann du hässlicher ja muss ja muss hier wenn man Wölfe in Arena kill dass man dann auch punktzeitig so zeitfähig snapshot eben ein step macht nur vor ich meine plumpen verliebt auch junge so geht das ihr habt noch ein Gegner wo gerade sagen da fehlt aber noch irgendwo einer da links 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 ja 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 ich muss erstmal nachhören ja ein schöner Efe ja ein schöner Efe aber ich kenne aber auch andere Maxi die dann auch noch äh alles gut ich hab doch gar nichts gesagt doch du bist ja schlimmster 저 oh du bist ja du bist ja du bist ja du bist ja du bist deine du bist du Dahinten war jemand Llamas. Oh, oh. 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 Wie kann ich meinen Käst hier? Wie kann ich hier noch was? Boah, hier kommen wir hier, können wir gut schlafen. Boah, den habe ich ganz gesehen. Episch. Das war doch schon wieder ein epischer. So wie ich nicht töten kann. Das war doch eine schöne Runde, oder? Joa. Vor allem ging es sehr schnell vorbei. Gefällt mir, alles richtig gemacht. Und jetzt eine Runde noch. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Ja, ich bin auch am Tag. Ich bin aber auch sanft. Wo ich in der Videobeschreibung. Und jetzt hier ist alles, wir wollen.